Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu meiner zweiten Folge Minecraft. Ja, Wolski. So, es geht immer noch ums pure Überleben. Hier habe ich jetzt mal ein paar Beeren. Ah, die kann man abernten mit der rechten Maustaste. So, und wenn man sie so erntet wie ich gerade, kann man sie auch noch zusätzlich wieder neu anbauen. Das ist natürlich nice. Also, ich habe Setzlinge und geerntet. Das heißt, ich habe direkt schon mal was zum Essen. Oh, was ist das? Eis. Eis? Krass, ich habe noch nie Eis in Minecraft gesehen. Ja, so kann es sein. Ich hoffe, ihr habt euch die erste Folge auch schon angeguckt. Da war ich auch schon richtig fleißig hier am Minecraften. So, kommt der Pilz jetzt mit? Ist der Pilz jetzt auch runtergekommen? Ja, es geht natürlich jetzt sehr viel ums Abfarmen hier. Nahrung beschaffen, Nahrung sicherstellen. Bam. So, den Baum haben wir es gegeben. So, ist natürlich die Frage, ob aus dem Laub noch die Setzlinge runterfallen. Das werden wir später dann sehen. Ja, Bett habe ich gebaut. Eine Werkzeugkiste habe ich mir quasi dahingestellt. Mein erstes Werkzeug aus Holz habe ich auch gemacht. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal dafür sorgen, dass wir hier Holz haben. Und Nahrung, ganz wichtig. Das heißt, ich brauche gleich irgendwie auch noch eine Spitzhacke. Und so, ich würde gerne wissen, ob ich auch Wolken abbauen kann in Minecraft. Ob das hier geht? Keine Ahnung. So, ich würde gerne mal Stein finden, damit ich mal andere Dings herstellen kann. Also nicht aus Holz, sondern direkt mal zum... Ja, als das hier Stein da zieht. Und ich baue mal eins ab. Ich gucke mir das mal an. Pflasterstein. Also, Dazit abbauen, da haben wir dann schon mal Pflasterstein. Das dauert zwar recht lange. Den kann ich jetzt nicht, weil dann strömt hier Wasser rein. Aber jetzt ist natürlich die Frage, in welche Richtung baue ich hier weiter den Dazit ab? Oh, da ist ein Schaf. Oh, da ist ein Busch. Oh, was ist das? Wir haben hier Stoffgarten. Das sind wieder Pilze. Ja, Zanzi hat gesagt, ich soll hier alles einsammeln, womit... Was ich essen kann. So, das Schaf lasse ich erstmal am Leben. So, oh, was ist denn das für ein komischer Baum da? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? So, ich muss hier natürlich auch mal so ein bisschen Ordnung reinbringen. Wisst ihr, was ich mache? Ich grabe mich einfach mal so ein bisschen ins Erdreich rein. So, hier kann man natürlich auch Erde abbauen. Dann haben wir hier Andesit. Was auch immer Andesit jetzt ist, ist das auch ein Pflasterstein? Ich weiß es gar nicht. So, ich grabe mich mal so treppenartig in den Untergrund rein. So, hier ist auch wieder Darzit. Das ist ja das, was ich jetzt brauche, um die nächsten Werkzeuge... Werkzeuge, nicht Waffen. Wie soll ich sagen? Herzustellen, genau. Herzustellen ist das Wort, was ich gesucht habe. So, ja, immer eine Stufe. So, ich grabe mich jetzt mega professionell mal in den Untergrund rein hier. So, den nehmen wir weg. Ja, vielleicht stoße ich ja auf eine Höhle. Man weiß es immer nicht so, was man da mit Untergrund findet. Wenn ich nachher ein besseres Werkzeug habe, geht das natürlich auch viel, viel schneller. Hier, das Holzwerkzeug ist echt nur für den Anfang. Und wenn das jetzt gleich kaputt geht, werde ich auch direkt wechseln. Oder mir das Werkzeug herstellen, was dann aus Stein ist. Nämlich aus diesem Dazit-Stein. Ja, also ein bisschen rumgraben hier. Ja, die ersten Folgen werden alle so sein. Und ich werde natürlich später auch ein Häuschen bauen. Ja, wonach ich gerade Lust habe. Einfach mal so ein bisschen rumfarmen. Wie gesagt, ihr habt euch Minecraft gewünscht. Ich habe eigentlich immer gesagt, nein, Minecraft wird es bei mir nicht geben. Ja, ich habe mich von der Zanzara anstecken lassen. Hashtag ist so. Ich habe bei ihr so oft schon zugeguckt. Ich habe auch bei ihr Let's Plays geguckt und war im Stream dabei. Und alle haben gesagt, ja, habt ihr das Geräusch gehört? Das war jetzt hier Hacke kaputt. So, jetzt seht ihr schon, da geht es tief rein. Man kommt aber immer ganz einfach hoch und runter. Oh, ein Baumsetzling. Ob man den wieder aussäht, weiß ich nicht. So, wie war das jetzt mit dem Stein? Ich brauche auf jeden Fall zwei Sticks. Und ich weiß nicht, ob ich die Steine hier an die sieht, jetzt direkt nehmen kann. An die sieht. Ne, da zieht Pflasterstein brauche ich. Ah, seht ihr, jetzt habe ich nämlich hier Steinspitzhacke. Bam. Ja, und damit kann ich jetzt, ihr seht auch gleich, das Werkzeug sieht ein bisschen verändert aus. Das geht gleich ein bisschen schneller. Nicht viel, aber doch schon ein wenig. Und wenn ich jetzt nochmal auf, ja, wenn ich gleich Eisenerz finde, dann kann ich natürlich mein Werkzeug auch aus Eisen herstellen. Dazu brauche ich dann allerdings wieder, brauche ich dazu schon einen Ofen. Genau, ich finde Eisenerz. Und das, wie war das? Oh. Ah, Diorit. Braucht wahrscheinlich kein Mensch. Keine Ahnung, was man damit machen kann. So, jetzt seht ihr schon, hier wird es dunkel, je weiter ich nach unten komme. Das heißt, ich bräuchte eigentlich Kohle. Und mit Kohle könnte ich, ähm. Ja, was könnte ich mit Kohle machen? Äh, genau, Fackeln. Fackeln ist etwas, was ich auch nochmal herstellen muss. So, hier wird es wahrscheinlich zu dunkel. Und wir sind ja immer noch auf der Nahrungssuche. Und ich werde jetzt einfach mal hier, neben meinem Bettchen. Oder da oben. Wo sieht es denn schön aus? Oh, hier ist, äh, ein Schwarzsetzling. Ja, Schwarzbaumsetzling. Oh, hier ist noch Holz. Ich und mein Holz. So, ähm, Spitzhacke hieß das, glaube ich, ne? Womit ich Beete machen kann. Spitz. Nee, ähm, wie hieß denn das Ding zum Ackerflügen? Wie hieß das Ding zum Ackerflügen? Ich komme da gerade nicht drauf. Wo finde ich denn Werkzeuge? Werk? Nee. Ähm, Hacke. Was ist das hier da? Diamanthacke. Eisenhacke. Ist das dafür? Ach so. So, das ist jetzt... Goldspitzhacke. Äh, ich nehme einfach mal Steinspitzhacke. Kann ich nicht herstellen. Wieso kann ich die Dinger herstellen? Aber hier eine Holzhacke nicht. Holzhacke. Wieso kann ich die jetzt nicht? Wieso zeigt er mir nicht, wie ich die herstelle? Wie hieß das Ding zum Holzackerbau? Wieso? Acker? Äh, Diamanthacke. Ich kann das nicht anklicken. Das übernimmt er nicht. Hä? So, das hier zeigt er mir gleich an, wie ich das herstelle. Bei der Holzhacke geht es nicht. Holzspitzhacke. Wie hieß das Ding zum Ackerflügen? Wieso komme ich da gerade nicht drauf? Ich könnte irgendwie Ackerbau betreiben. Oh, jetzt wird es wieder dunkel. Das heißt, wir gehen hier mal, zack, äh, schlafen. Das geht jetzt, genau. Gehen wir mal schlafen. Ich mag das. Ah, guck mal, ist wieder hell. So, ich weiß immer noch nicht, wie das Ding, äh, Hackebeil hieß das. Nee. Beil. Hm. Wie kann ich mir hier denn direkt, äh, die ganzen Waffen angucken? Waffen, ich hab's schon wieder gesagt. So, da war gerade, oh, guck mal. Eine Säge. Aha. Also, man kann ja auch direkt gucken, was man herstellen kann. Die ganzen Sachen hier, Brombeergeleet, äh, zwölf. Seiten lang, was? Ah, ist ja der Wahnsinn. So, ich suche im Prinzip nur, Seite sieben, sechs. Ja, hier ist Glas. Das sind Glasscheiben. Ähm. Ja, ihr seht es, ich bin pure Anfänger. Ich hab's ja in der ersten Folge schon gesagt, äh, dass ich einer bin. So, was haben wir hier? Ist das das? Eine Sense? Ah, ist die Zanzara nicht da, wenn man sie braucht? Da ist die Zanzara nicht da. Wenn man sie braucht. Okay. War das eine Sense? Ich probier mal Sense. Ich nehm einfach mal hier Steinsense. So, zwei. Und dann da, drei. So, das muss ich mir jetzt merken. Zwei, dann so. Achso, äh, ups. Ups. Ich muss zu meiner Werkbank. Das geht nämlich dann wieder nur hier. So, dann brauch ich, äh, Stein. Pflasterstein. Pflasterstein. So. Ich weiß, äh, ja, jetzt hab ich hier eine Sense. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. So, weil jetzt kann ich. Okay, das war's nicht. So, jetzt kann ich zwar hier die ganzen Dinger. Ah, mit der Sense kann ich den Laub hier. Hier haben wir wieder einen Feldbusch. Einen Feldbusch. Kennt ihr die Feldbusch? Kennt ihr die Feldbusch? So, eine Sense war's also nicht. Ähm, ich will jetzt Ackerbau betreiben. Ich will Ackerbau betreiben. So, was haben wir denn? Das ist wieder die Spitzhacke. Eine Axt brauche ich, habe ich schon. Ähm, Holzspitzhacke. Eigentlich die Holzhacke, aber die lasse ich nicht anklicken. Verstehe ich nicht. So, Segel. Ich weiß nicht, ob ich damit Holz, äh, schneller herstellen kann. Meißel brauche ich auch noch. Genau, Meißel. Ähm, was haben wir denn hier? Noch Feines. Da ist Matschige. Matschige Axt. Holz-Sense. Sense habe ich ja jetzt. Die ist das nicht. Ich brauche das Ding für den Ackerbau. Ja. So, ihr seht es. Ich bin hier wirklich blutiger Antwerp. Gut, ähm, ich habe keine andere Wahl. Ich werde erstmal weiter farmen. Beziehungsweise auch so ein bisschen die Gegend erkunden. Ja, mit der Nahrung habe ich noch ein wenig Zeit. Hier sind wieder Pilze. Ich glaube, ich habe da eben auch schon welche übersehen. Oh, war das gerade Nahrung? Oh, tatsächlich, Fleisch. Naja, gut. Das heißt, ähm, das heißt, ähm, das heißt, ähm, ah, okay. Jetzt mit dem Schwert, eben mit dem Beil ging das ja nicht. Jetzt mit dem Schwert hier kriege ich auch Nahrung. Also Wolle und Nahrung. Also Wolle und Nahrung. So, dann haben wir hier wieder. Ah, oh, seht ihr das? Die kann ich einmal mit der rechten Maustaste abernten. So, und dann nehme ich die außerdem mit, weil ich die selbst wieder ansetzen will. So, davon hatte ich ja eben schon mal welche gefunden. Das heißt, im Grunde genommen bin ich schon mal gerettet. Und hier geht es tief rein. Das heißt, wenn ich jetzt wieder nach Hause finde. Äh, was ja nicht so leicht ist. Verdammt. Von wo bin ich gekommen? Wo ist mein Bett? So, hier gab es jetzt, äh, wo ist mein Bett? Ist das hier? Ah, seht ihr? Ich brauche irgendwie ein Zeichen, damit ich immer wieder nach Hause finde. Ich glaube, ich muss an dieser Stelle sämtliches Holz abfarmen. So, guck mal hier. Da habe ich nicht weitergemacht vorhin. Ich und mein Holz. So, machen wir erstmal die Holzachs kaputt, damit ich hier auch gleich, ähm, eine Steinachs nehmen kann. So, da müssen wir jetzt. Ja, hier können wir auch Sand nehmen. Kriegen wir sogar schneller abgebaut, als wenn wir hier Holz nehmen. So, dann nehmen wir hier die Schaufel. So, zack. Und weiter geht's. So, das kann ich doch mit der Sense, ne? So, jetzt fällt hier sowas runter. Was war das? Persimone. So. Ich weiß nicht, ob die Zanzi das meinte mit der Sense. Was lag da unten? Stern. Lauch! Haha, Lauch haben wir. So, ich nehme Lauch mal mit hier. Ja, man weiß ja nie, wann man, äh, Lauch, äh, so, jetzt ist die Dingsachs kaputt. Und, ah, da ist schon wieder der Alarm hier, dass wir wieder, äh, eine Viertelstunde rum haben. So, und ich werde also, äh, hier als nächstes die Steinachs bauen. Und dann geht's an dieser Stelle weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.